das hier ist das bisherige Teil, das ich hier gebaut habe, mit dem Display, jetzt habe ich hier zum Beispiel eine 9 eingesteuert und das hier ist eine 9, die ich hier eingefügt habe, von den 7 Segmenten sollte aber hier eigentlich eine 0 werden also da habe ich noch ein falsches Segment angesteuert, so, weg damit, also dieses Segment muss an, das ist hier das dritte, Segment muss an und ich weiß nicht gerade, welches Segment außen muss, dieses, die zieht das sechste Segment nicht außen das dritte bleibt hier an und das, äh, hier an muss so, das sechste Segment tut außen und jetzt wird nur lange Zeit und jetzt schiebt das hier an die, so, wieder hoch, an der 1 an der 1, so, die letzten beiden, hier, und hier runter und dann kommt hier auch mal wieder an und dann kommt das hier jetzt auf die Schaltung hin und jetzt noch über die Schaltung, tatsächlich und dann kommt die noch hinter mir und dann hier, die Schaltung wieder abrollen und jetzt hier eine Teil wie hier und dann noch den Edge Trigger, das zwischen den Edge Trigger, den so und so, und machen, hier kommt eine Fackel hin und wenn der von hier um mich war im Fluss, macht den Block hier oben und ich muss hier wieder auf die Papier der hier eine Fackel powern würde und... ach, ich muss hier ja auch mal da so blöd, dass ich hier anlachen muss und dann somit zweimal hochstapeln also somit Fackeln hochstapeln zwei Invertierungen zwei Invertierungen so wie sieht er, da muss eigentlich nicht blanks bleiben auf diese 2, aber ich lasse den mal hier auf diese 1 kann ich ihn auch lassen und und hier erstmal hier weitermachen die 2 die 2 sieht hier auf dem Display aus die sieht so aus, dass also dieses Segment ist und diese Segment ist hier das erste und das sechste Segment wie man sich hier mitzählt das erste und sechste Segment das könnte ich ja nicht alles lang ausschreiben das erste und sechste Segment das heißt das heißt, ich werde hier den ersten und sechsten Segment abschreiben und ich ziehe das erste, das zweite, das vierte, sünfte, sechste, siebte und bei der drei sind es die ersten beiden die ich jetzt ausnehme und wenn ich die nächste Wolle und über das vier weiß ich jetzt gerade noch nicht und so so der hier, der hier, der hier, der hier also der Segment nicht in diesen beiden nicht und das ist das zweite, das vierte und das ne das erste das zweite und das dritte Segment ne das zweite, dritte, vierte Segment ist da wenn ich die Feder mache werde ich die dann nicht beheben also jetzt die zweite, dritte und vierte Segment muss man hier rein dann muss ich die zweite, dritte und vierte da fragen zwei, drei, vier und sieben bei der zwei war es ja eins und die sechs die fünf geht ja so herum also dieses und dieses zweites und siebtes nicht das hier ist das erste das erste das ist ja so das zweite, dritte, 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 fünfte, sechste und siebte weiter sechs das ist das Segment Nummer sieben nicht das zweite kommt noch dazu und das ist das siebte Segment nicht das ist jetzt die sechs und bei der sieben ist es so dass das Segment hier oben kommt Nummer drei, sechs und sieben also Nummer drei, sechs und sieben sind und die Segmente die hier rein kommen eins, zwei, drei vier, fünf sieben aber der acht ist einfach alles bei der, jetzt machen wir ein bisschen direkt die neun hinterher bei der neun steht das zweite Segment die neun müsste hier hin die neun hier hin und hier die andere ich wolle durch könnte ich schon mal hier eine clock anschließen mal erstmal hier ich hab mal was funktioniert hier und da ist der clock mit fünf repeatern auf spiefe 2 getimed fünf repeater auf spiefe 2 die muss auf dem Weg noch wenn das durchläuft muss hier durchlaufen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 und was stimmt mit dem mittleren Segment nicht? 4 5 6 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 13 15 15 16 15 Das ist immer schlimm mit diesem hier, neig. Was ist denn hier los, beim dritten Wolle, Wolle, Wolle? Vielleicht war da einfach einer zu viel. 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, das ist immer noch der Fall. Obwohl hier ist nichts merkwürdiges hier, was ich diesen Fehler erklären könnte. Dann muss ich hier jetzt wieder 2 höher legen, wenn ich 2 über die Kiste nicht gehe, dann müsste ich ja eigentlich gehen. Flex? Ha, immer noch nicht. Das haben wir alle zweimal geschoben. Das ist schon mal nur alle zweimal. Also vermischen die sich da mit dem Nutzerum. Guck mal, wie viele Dinger hier sind. Ah, ich mach das jetzt mal Noclip an. Wenn ich hier durchgehen kann. Das Display zeigt hier jetzt gerade 4 an. Aber hier wird das Mittel, das Display hier, benötigt. Ich mach nochmal 9, 5 braucht es ja auch, 4, 4 braucht es auch, die 3 braucht es auch, die 2 braucht es auch, die 1 braucht es jetzt nicht, die 0 braucht es natürlich. Und dann braucht es natürlich. Das ist ja ein Block für viel. Hm. Jetzt krieg ich den Block direkt unter den Pistel. 0 braucht es natürlich. 9 braucht es auch diesen Block. 8 braucht es einen Block. 7 braucht es nicht. Und die 6 braucht es nicht. Und die 6 braucht es nicht. Und ich muss das eigentlich richtig sein. Und die Aufnahmen möchte ich jetzt auch, weil es Telefon ist. 2. 3. 5.